So Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und bei Doom 4. Letztens habt ihr gesehen, wie man es nicht macht, denn mir wurden von hinten die Eier rausgerissen. Ich wurde gegessen und wieder ausgeschissen. Um es kurz zu machen, ich bin verreckt. An so einem Schildtypen. Und ja, ich sag mal so, ich werde mich jetzt doppelt und dreifach an dem rechen. Ich werde nämlich genau dasselbe mit ihm machen. So, jetzt weiß ich das hier. Eigentlich kam einer Gegner. Ich weiß nicht. Hier kann man eigentlich auch einen Gegner anscheinend. Wenn man die einmal killt, sind die weg oder was? Ähm, ja, was sollst, ne? Ach, ist das schade gewesen. Da hatte ich schon richtig viel Rüstung gehabt. Ne, er haut mich ja trotzdem hier in One-Hit rein. Gleich noch mal. So. Diesmal haben wir das besser geregelt hier. Jetzt habe ich allerdings keine Rüstung mehr. Die haben sie mir komplett weggesnackt, die Penner. Was ist denn das hier noch? Das sind wahrscheinlich bloß für die, ich glaube für das schwere Gewehr war das Munition. Na gut. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Jeder bekommt was vom Kuchen ab, Freunde. Jeder. Einer nach dem anderen. Was macht denn hier noch so ein Geräusch? Gut, das ist wie so eine Art Einsatzzentrale hier mit zwei Bildschirmen. Fehler 83. Wir sollen einen Admin aktivieren. Hier eine Cola. Bisschen was chinesisches. Dope Chrandaust. Und Wasser. Wie es halt bei so einem typischen Gamer aussieht. Okay, jetzt haben wir hier wieder eine Tür geöffnet. Nicht hier drüber. Zack. Na komm, ich werde mal ein bisschen warten hier. Was ist das denn? Achso, das ist... Von hinten? Fahrzeichen? Nee. Vielleicht ich habe gerade von hinten Damage gekriegt. Bäm. Es geht durch wie mit Butter hier, ey. Wie durch Butter, meine ich. Nee, wie mit Butter. Ah, aufpassen. Die machen shitload of damage, die Typen. So, wie am Schluss habe ich jetzt? 46. Ähm. Ich gehe nochmal fix zurück, weil ich glaube... Hier lag noch Munition dafür. Genau. Lag hier auch noch... Äh, Entschuldigung. Ich würde bloß nochmal gucken, ob hier noch... Ich würde noch irgendwo leben. Gab mir ganz hinten, aber da habe ich jetzt keine Lust nochmal zurückzulaufen. Ähm, was gibt es hier noch? Zack. Ach hier, noch so ein Sicherheitsschlüssel. Und das hier ist... So aussieht wie eine Munitionsküste. Genau. Kann ich hier noch irgendwas... System offline. Kann man nichts mehr... Was ist das? Nee. Okay, kann man nichts mehr machen. Das war bloß so. Bisschen zum Auffrischen. Was geht hier ab? Nichts. Na gut, weiter geht's. Alter macht der ein Damage. Alter macht der ein Damage. Holy shit, ich habe noch 9 HP. Jetzt habe ich wieder mehr. Wie, was ist denn mit dem los, Mann? Wie oft soll ich den dann noch killen? Alter. Ich kriege mir einfach eine weg. Ich kriege ihn nicht weg. Ah, ist das dämlich. Also für die muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Drücke G, um die Kettenwüste auszurüsten. Okay. Ach, was ist denn... Was ist denn los jetzt hier? Was ist denn los? Ich dachte eigentlich, ich bin ein guter Ego-Shooter-Spieler. Aber die Typen sind natürlich relativ hart im Nehmen. Und noch härter im Geben eigentlich. So, jetzt muss ich hier wieder... Ach so, das war hier wieder. E drücken. Kommt gleich wieder so ein Typ raus. Zack. Bam. Komm, kriegst die Granate, du Penner. Wieder so... Uuuh, ich werde mich gleich mal ein bisschen verpissen hier. Ich hoffe, die folgen mir hier irgendwie in die Richtung. Irgendwie vielleicht. Kommt wenigstens. Ich habe noch keine... noch kein cooles Mittel entdeckt, wie ich den... Alter, Alter, was ist denn das? Ich habe keinen Plan, wie man mit dem Typen umgehen soll. Einfach draufhalten, wahrscheinlich. So kann ich wirklich die beste Variante sein. Dass ich demher einfach meine ganze Munition reinballer. Das ist einfach nix. Jetzt habe ich einen... Also wahrscheinlich mit der Granate hinter ihn schießen wird wahrscheinlich das Beste sein. Die Schildtüten sind ja abnormal kacke. Ist halt wirklich so. Hm. Hm, hm, hm. Links, rechts, links, rechts. Keiner. Dann muss man wahrscheinlich ab durch die Mitte hier. Das sieht aus wie eine kleine... Was ist das denn? Und jetzt? Leiterenergie-Zusup-System. Gesundheit, Rüstung, Munition. Ähm. Ich gehe mal auf Rüstung. Irgendwie ein dummes Gefühl bei der Sache. Das sieht aus wie das von X-Men hier dieses... Keine Ahnung, wie man das nennt. Oder Charles Xavier mal reingeht und sich den Helm aufsetzt. Das sieht aus wie das von X-Men hier ist. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich. Und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen. Wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil es ein Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Gewaltiger Fortschritt, wirklich. Muss ich denn hier noch irgendwas... Heißt das, der lebt noch? Ja, der Boss. Dann werde ich das mal machen. Dann werde ich hier die Entlüftungsturbinien wieder aktivieren und den Stand setzen. Verlassen. Zack, wieder ein Kapitel geschafft. Kenne deinen Feind. Für eine drei Versteckte extra. Also ich habe gar keins gefunden. Da liegt die Wachen eins von drei. Oder sind das zwei von drei. Naja. Hat es mich wieder erwischt hier. Ich fasse das nicht. Das ist anscheinend der Kernreaktor hier. Also nicht zumindest die Gießerei. Und die wird warm. Da drinnen werden gerade Dämonen geröstet. Wir müssen ja die Kernschmelze verhindern. Aber wir werden ja gut bezahlt. Tariflohn. Alter, das gefällt mir schon besser hier. Das hat schon mehr was von Doom. Das hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Kampfbewertung. Und ich kenne, wie kannst du dir Waffenpunkte verdienen. Deine Kampfbewertung verbesserst du, indem du eine Dämonen mit dich findest. Sehr innovativ. Also je mehr Dämonen, ich kille das, desto schneller kann ich meine Sachen verbessern. Mikroraketen. Ich will die Mikroraketen haben. Ich will die Mikroraketen haben. Ich will die Mikroraketen. Weltklasse. Wahrscheinlich mit Rechtsklick kann ich die jetzt irgendwie absondern. die Raketen. So. Und gehen denn die Kanistern? Hihi. Das ist cool. Die Mikroraketen, die gefallen mir. Granate hin. Sarkast nicht mehr zu melden hier in der Hood. Gaslight entdeckt. Oh, Gaslight sind nie gut. Kann ich das irgendwie schließen? Nee. Ah, geht natürlich mit meiner Hand, ne? Nicht, meine ich natürlich. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie uns eine Hand besorgen. Handbrotten. Alter, da komme ich doch niemals rüber, oder? Nee, war klar. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Dann kriege ich wieder so ein Schlüsselding. Und hier geht's. Oh, ich habe eine Marke erhalten. Nice. Mit dem ich meine Sachen verbessern kann. Returnmarke wird wahrscheinlich für den Anzug dann sein. Alter, mir wird warm hier drin. Ja, toll. Was soll ich jetzt hier machen? Aua. Am besten wieder raus irgendwie, ja? Ach, komm doch. Ach, was ist denn das? Ehrlich. Ich spring doch jetzt einfach hier hoch, man. So, und jetzt. Da komme ich natürlich nie rüber. Irgendwie muss es doch hier jetzt. Ah, okay. Hier ist noch eine Plattform. Die vermochte ich nicht zu sehen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite tatsächlich. Gib mir deine Hand. Oh, Preisschatzglück gehabt. Ich dachte eigentlich, ich kann da direkt irgendwie rüberjumpen. Ah, ich habe mich ja wohl getäuscht. So, da rüber müssen wir. Ach, jetzt muss ich wieder hochklettern. So. Ach, das ist doch beschissen. Hm, Entschuldigung. Vielleicht schneide ich das irgendwie raus. Gibt's ja nicht. Der Typ ballert da weiter fröhlich auf mich hin. So, jetzt wieder hier hoch. Da hoch. Aber ich bin doch von dort irgendwie gekommen, oder? Wie komme ich denn jetzt wieder rüber? Ist ja noch irgendwas zum Drücken. Ist ja eigentlich wie so eine Art Plattform, oder? Hier rüber. Ne, ist keine Plattform. Oh, mit STRG kann man also auch Granaten werfen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt schon, dass ich hier über das Lüftungsfrohr rüber muss wieder. Hä? Irgendwas übersehen? Von dort kommen wir doch niemals dort wieder rüber, oder? Nehme einfach mal an, davon versuch's nochmal. Okay, war ja einfach. So, jetzt haben wir die Flosse von dem. Oh, fuck. Wie er mich noch anguckt, ey. Wir sind ja hingegangen, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Fuck. Oh, das ist gut. Du musst hier unten wieder ein bisschen Normalität herrschen. Okay. Ich seh schon, worauf das hinausläuft hier. Aber ich mach's dieses Mal schnell. Leider das Herz rausreißen, bevor ich irgendwie 20 Millionen Dämonen noch besiegen muss. Tatsächlich hab ich jetzt hier so eine Art Frame Drops. Nicht, wie wir ein bisschen zurückgehen, ne? Was war das denn schon wieder für ne Kreatur, alter? Heldenschinder. Ich hab grad wirklich ein paar Frame Drops hier. Ähm, vernichte die Blutnässe eins von vier. Äh. Ist das, ist das lahm. Ehrlich. Naja, gut. Achtung. Kernnetze an Obergrenze. Okay, das kennt man ja mittlerweile schon. Den Spruch. Dann müssen wir wahrscheinlich hier nicht lang. Wenn nicht, da auch nicht. Wo geht's lang? Dann schätze ich jetzt einfach mal, ich muss vielleicht hier wieder lang. Oh ja. Ist auch nicht zu melden hier. Ich bin der Boss in der Hood. Ähm. War ja drüben schon gewesen. Ja, von hier komm. Alter. Wie ist das Pentagram? Ja, von hier kommen wir her. Gut. Gut, schauwischen. Gut, schauwischen. Komm, mach auf hier die Schleiße. Soll heißen, wir müssen natürlich wieder hier irgendwo in die Richtung. Sicherheitsstufe blau. In Wunders haben wir natürlich nicht die Sicherheitsstufe dafür. Auch blau. Notfallsperrung. Naja gut, das heißt, wir müssen jetzt wieder so eine blaue. Ich bringe einfach mal hier runter. Warum nicht? Doch den Aufprallschutz. So, dann müsste ich jetzt vielleicht mal ein bisschen nach dem Radar gehen hier. 22. Geil. Sprungfinisher jetzt noch was. Was ist das denn hier? Halt die Klappe. Oh, das war gar nicht in den Mund. Die Gänge gefallen mir echt gut hier. Ich mag sowas. Hier ein bisschen was von Doom 3. Ach ja. Wird gleich mal zu dem Dämonennest hinspächen. Keine kommen. Ich komme hier rüber. Wahrscheinlich schon. Bam. Ich renne einfach immer im Kreis. Das wird wahrscheinlich das Beste sein. Von hinten wieder. Granate. 100 HP habe ich noch. Boah, ist wieder so ein... Ist wieder so eine Fotze hier, die... Wo hast du ein Techniker? Ne, wo hast du ein Techniker? Weiß ich gar nicht. So, 2 von 4 Blutnester an. Trau ich mir jetzt drüber zu springen oder trau ich mir das nicht? Können wir einfach auch die Treppe nehmen. Und ich schätze, ich könnte schon wieder irgendwas upgraden. Da greifst du dann nur ein... Da kann man sich bloß an den Schädel greifen, wie dumm ich bin. Dämonische Bedrohung reduziert um 50%... Ich will diese verfluchte Extra-Rüstung haben. Und ich schaffe das. Ich bin mir ganz sicher, dass ich das schaffe. Alter, das ist doch ne Wahr. Komm, ich stand doch schon auf dem Scheiß drauf. Ah, ehrlich. Das fuckt mich grad'n bisschen ab, hier, die ganze... ganze Kacke. Ich muss da irgendwie rüberkommen. Da ist noch grüne Rüstung und vielleicht ist da auch noch irgendwo... Wenn ich hier rüber springe, dann bin ich wahrscheinlich... Ah... So geht das. So, da komme ich nicht lang. Also muss ich doch wieder in die Richtung gehen. Von da oben nur drunter springen. Beziehungsweise ist vielleicht gar nicht notwendig. Man zeigt sich nämlich was anderes an gerade. 37 Meter in die Richtung. Auf dem Weg bin ich ja auch gekommen. Ach, Mann. Scheiße. Ah, jetzt kann ich noch ein bisschen Rüstung mitnehmen. Hier zeigt es mir jetzt 20 Meter in die Richtung an. Das heißt... Hier lang vielleicht? Er ist zumindest... Oh... Ein Geheimnis. Monster Imp. Ich schieße mich wieder hoch. 18 Meter in die Richtung. Kann mich aber nicht rein. Ah, hier ist zumindest schon mal jemand. Danke, dass ich nicht alleine sein muss. Oh, nee. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Schildviecher. Ab und tief. So rumbrüllen, wie du willst. Ich glaube, hier unten war noch was. Ja. Alter, was bist du denn da drunten? Und wie komme ich zu dir vor allem? Nein! 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 Oh, Glück gehabt. Aber unten schon mal nicht lang. Oh, hier habe ich die blaue Karte. Oder ist es die gelbe? Ist die gelbe wahrscheinlich. Also, da hat sie blau geläuchtet. Ich dachte, das war vielleicht die blaue. Ich will die blaue Karte haben. Speicherpunkt erreicht. Das ist ja schon mal was wert, ne? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ist das so ein... Ist das dieses fette Vieh, was den Typen zerdeckt hat? Höllenritter. Ah, ich glaube, die gab es bei Doom. Beim vorherigen Gehen Doom auch schon. Ach, naja, gut. Jetzt haben wir hier die gelbe Karte gekriegt. Schon die zweite gelbe Karte. Eigentlich müssten wir raus aus dem Spiel. Äh, das ist noch... Da kommen wir jetzt auch nicht hin. Aber jetzt zeigt es mir zumindest an, wo ich diese gelbe Karte denn benutzen kann. Das sind nämlich hier hinten. Achtung, Kerntemperatur steigt. Ach, komm. Hellenritter. Pff. Ich meine, Knappe bist du. Oh, das ist schon wieder so ein Höllenritter. Ne, das war ein anderer. Wenige Munition. Da drüben ist noch was. Oh, und da ist auch noch ein Riesenschild. Ich nenne es einfach mal Riesenschild. Also wieder so ein Upgrade, aber das muss ich mir später holen. Kein Bock, dass ich hier von hinten gesnackt werde. Waffenpunkte halten. Nice. So, und jetzt gehe ich nämlich noch auf Leben. Auf Leben. Leleleleleleleleleben. Und da steigert sich meine Gesundheit auf 125. Immerhin. Na gut, Leute. Das soll es erstmal gewesen sein für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich mich mal wieder angestellt habe. Wie der letzte Vollidiot. Und lasst doch ein Abo. Und ein Kommentar dort unten da. Oder ein Like. Und ich würde mich freuen, euch dann in der nächsten Folge wiederzusehen. Wenn es wieder heißt, es wird rumgedoomt. Bis dahin, Leute. Ich bin raus. Ciao.